Ali hallo hallöchen wir spielen wieder terminator resistance und ja ich muss immer noch die codes besorgen die kaputt so geht es nicht so dass noch so ein blödes ding schon jawohl das geht auch mit der schrotflinte ok hier ok haben wir was da drin munition das kann ich hacken wir versuchen super richtig gut geklappt das war blöd ok da kann man muss irgendwie darum was habe ich denn da noch gar nicht außenposten die muss auch noch irgendwie zerstören die wohl mich komplett fertig machen hier oh mist da sind schon wieder so dinge wie viel sind denn hier einen kriege ich habe ich da ist noch einer da sind noch zwei ok vielleicht kriege auch zwei ja komm schon jetzt kriege ich glatt gänsehaut hier ok 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 das blöd die terminieren mich Warte mal, ich kann hier hinten die zu meiner Kanone locken. Geht das? Ihr Arschlöcher. Kommt der? Er kommt nicht mit. Ach, wieso kommt der denn nicht? Das war so ein guter Plan. Wo ist denn, Mr. Flamme? Hä? Ich kann ihn nicht sehen, aber ich kann ihn hören. Wow. Okay, wir machen das anders. Äh. Ob er weitergehen kann? Nein. So, ich hab dich terminiert. Okay, jetzt ist eigentlich der Plan... Oh, shit. Jetzt wäre eigentlich der Plan, die Kanone zu übernehmen, hätte ich gesagt. Okay, wir werden sie versuchen zu hacken. Oh, warte. Das sieht schwierig aus. So, da sind wir schon. Da sind wir noch nicht. Mann! Okay, hier geht's zum... Oh, nochmal hacken. Ich bin doch hier. Der Außenposten ist da. Das ist aber mächtig viel Kanonen, du. Meine Fresse, ey. Müsste da rüber. Oh. Die stehen aber nicht so günstig hier. Wie viel sind denn da? Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und was hab ich noch an Munition? Ah, ich wollte es doch nicht wegschmeißen. Ich wollte es da hin machen. Haben die mich gesehen? Ich glaube nicht. Okay. Ich bin doch nicht wegschmeißen. 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 ok wenn ich die jetzt hacken könnte das wird aber mächtig schwierig muss ich denn dadurch ich komme doch nicht rüber das kannst vergessen noch ein versuch das sieht auch nicht besser aus man man ja ja Das war's für heute. oh mein gott wieso haben die zwei waffen wo ist er jetzt hin super oder Ach du Scheiße 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 Okay, ich muss die Kisten Ich brauche unbedingt Munition Sonst komme ich da nicht weiter Ach du grüne Neune Okay, es wird irgendwie, es wird irgendwie nicht leichter Ach du schon mal oh shit hier ist eine halbe armee ist hier tot so ich muss hier wieder raus die falsche richtung oder nicht noch so ein terminator ist jetzt hin wir müssen hinten gucken da noch irgendwie eine kiste war scheint aber nichts gewesen zu sein so So muss ich lang, irgendwie da lang. Ach du Scheiße, ich hätte die Kanone voll brauchen können. Wie viel habe ich erledigt? Gar keinen. Super. Super. Kommen sie mir nicht hinterher? Oh, das steht wieder auf, da ist. Boah. Das mit den Hecken, das hat mittlerweile recht überhanden genommen. Oh. 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 Okay. Munition wird langsam. Gut, 300 Schuss haben wir noch irgendwie. Irgendwas ist gewaltig schief gelaufen, das glaube ich auch bei mir. Ja. Oh. Super. 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 Begegginin. Okay. Ich glaube, ich habe alle gewusst. Oh, Mann. So, jetzt muss ich doch mal irgendwie da... Was soll ich zerstören? Ach, du Kacke. Wie soll ich denn das machen? Damit am besten. Rucksack ist voll. Wieso das denn? Äh... Was schmeißen wir denn weg? Das Ding kann ich eh nicht benutzen. Got it. Ich versuche, seine Schwachigkeit zu analysieren. Okay. Seine Kraftstoffe ist auf seiner Seite. Schrauben sie. Rucksack. Die Schrauben der Skynet sind zu sehen. Genau. Warte mal. Ich muss mich vorbereiten. Kann ich noch speichern? Da gehe ich sicher drauf. Dein Rucksack ist voll. Immer noch. Warte mal. Ich schmeiße noch mehr weg. Äh. Fähigkeiten. Kann ich nicht noch den Rucksack ein bisschen voll machen? Rucksack. Da ist es ja. So. Äh. Kampf. Waffen. Sprengstoff. Okay. Habe ich nicht mehr. Muss ich da hinziehen? Nice shot. Now get the cover until it returns to the scanning routine. Buss Ich glaube, er hat mich erwischt Wo ist denn jetzt das Flugteil? Das soll ich auch noch runterholen So wird's nix Ich glaube, er hat mich erwischt Oh, shit Wo ist denn jetzt das fliegende HK-Dingens da? The power supply river, it's on its back Ich glaube, er hat mich erwischt 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 So wird's nix Irgendwie sieht er mich immer Ich glaube, er hat mich erwischt Die power supply river, it's on its back Ich glaube, er hat mich erwischt Ich glaube, er hat mich erwischt Ich glaube, er hat mich erwischt Da passiert überhaupt nix Okay, vielleicht ist hier Munition drin Jawohl Ich glaube, er hat mich erwischt Ich glaube, er hat mich erwischt Das wird so nix Das wird so nix Du bist so nix Ich glaube, er hat mich erwischt Das wird so nix Das wird so nix Die Power-Supply-Rivers ist auf der Seite! Hey, wo kommst du denn her? Scheiße! Die Power-Supply-Rivers ist auf der Seite! 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 da sind noch welche ich versuch's das sieht schon mal nicht schlecht aus komm, dreh dich einfach rum dreh dich einfach rum dreh dich einfach rum Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier, hacken Got it, moving out Got it, moving out Oh, wie viele Ziele gibt es wieder hier? Was muss ich da? Die Codes Oh, wie viele Ziele gibt es noch mal? Oh, da gibt's! Was ist denn hier hinten? Was ist das? Ich kann... Ich komme nicht drauf. Okay, die Nebenziele schlagen fehl, wenn ich das jetzt verlasse. Also würde ich sagen, mach mal hier einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das müsste ich natürlich noch irgendwo speichern können, wahrscheinlich da. Also, ich speichere und dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Dann können wir noch die Nebenziele vielleicht machen. Okidoki, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.